Du musst jetzt anmoderieren nochmal. Achso, ja dann moderiere ich nochmal. Wir machen heute den Zaubertrick für diesen Abikassenzuschuss. Den machen wir jetzt mit Herrn und der Jenickel. Und der Trick ist ganz einfach. Wir werden dafür sorgen, dass der Euro in diese Flasche kommt. Passt hier oben nicht rein. Können Sie ja gerne probieren. Passt nicht. So, kommt er drunter. Machen wir das Tuch da drüber. So. Sprech die magischen Worte. Ist ja ganz logisch. Wurgedie Wurgedie. Jetzt ist er da drin. Ja. Ich glaub das war nicht richtig. Nochmal geklemmt den Scheiß. Wow. Sprech hier. Du musst euch überrascht machen.